So Leute, wir schauen jetzt Twitch Clips Germany an, Folge 144. Ich würde sagen, let's go. Hi, du bist Twitch Streamer und möchtest gerne Indie-Composition von Twitch Clips Germany super easy. Gehe auf twitchclipsgermany.de ohne das Rating und verifiziere dich einfach mit deinem Twitch-Account. Dann bekommst du dieses Verifizierungshäkchen und landest zum Beispiel wie bei mir auch im Stream, während ich die anderen Clips bewerte. Deswegen, es ist eine Arbeit von drei Minuten, einfach kurz verifizieren und im nächsten Twitch Clips Germany schon drin sein. Dank mir später. Alles Gute zum Geburtstag, Matteo. Ich vermisse dich wirklich sehr, sehr, sehr doll. Aber zumindest körperlich bin ich jetzt immer bei dir. Kuss auf Nuss. Das ist doch lieb, oder? Och nee, och nee, was ist denn hier? Oh Gott. Alles Gute zum Geburtstag. Dankeschön. Das ist doch nicht euer Ernst. Daddy ist voll geil. Okay, okay. Nice. Ich glaube, ich muss noch einen Stoff leiser machen, glaube ich. Ay Caramba. Ich habe mir auch noch keinen... Nee. Och du. Nein, iss mich. Oh mein Gott. Jetzt iss mich doch bitte. Nicht anders töten. Nein. Du musst mich essen. Iss mich. Ja, hier, hier. Die fährt. Die fährt. Sollst du mich essen, du Dumme. Nein. Das ist halt wieder geil, wenn man nicht weiß, was dann passiert bei dem Game. Das ist halt wirklich schwierig. Aber das finde ich dann wieder gut. Das finde ich dann wieder richtig gut. Wenn der einen ist, kommt man woanders hin. Ah, und das finde ich gerade geil, wenn man es nämlich nicht weiß. Weil in dem Moment ist der Clip einfach noch witziger. Iss mich. Glaub ich schon, iss mich. I like. Small steps. Das ist eher... Oh. Hupsupp. Ähm, das war nicht gewollt. Ein Ausversehen. Ragequit. französisch noch schlechter ich hatte in meinem ja in meinem leben drei jahre lang französisch siebte klasse siebte klasse oder achte klasse also entweder entweder wusste die siebte klasse wiederholen hat deswegen gesagt siebte klasse siebte klasse bestimmt musste er die leute leute bestimmt musste einfach die siebte klasse und deswegen siebte siebte und achte hallo ich musste glaube ich musste ich nicht auch ich muss sich die siebte nicht muss ich glaube ich auch die siebte wiederholen ich glaube die siebte war es ja die siebte war ein arsch ich sag's euch wie es ist die siebte klasse war ein arsch wir sind das siebte schuljahr war ein arsch war weil ich ich war so schlecht oh mein gott ich habe die siebte wiederholt ich glaube ich hatte fast nur vielen fünfen glaube bestimmt auch noch sechs oder so in geschichte hat ich glaube ich eine sechs geschichte ist nur auswendig lernen ich hatte sechs weil ich einfach ich war auch einfach ich war so faul damals in der schule ich war so ein faules kind es war schlimm das war richtig schlimm aber in der berufsschule habe ich mir aber den arsch abgestrengt leute aber wie ein arsch abgestrengt ok ich wollte euch nur erklären wie krass ich mich angestrengt habe ja 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 aber das kannst du nur nutzen wenn du angeschlagen bist genau die gemeint hat nur auf nummer sicher gehen so würde ich übrigens auch dead by daylight spielen genau so genau so mori schreit da ist eine falle kitten wo klong die falle ja genau die falle dann wieder kitten da hinten ist der typ wo denn wo denn hier da da oh mein gott mit meiner links rechts welche wird es noch schwerer foto eines seltsamen vogels eines seltenen vogels ach guck mal das ist aha okay ich weiß wo das ist aber ich weiß nicht wo das ist ich weiß was sie meinte sie weiß wo es ist aber weiß nicht wie sie hinkommt aber es ist schon süß ich weiß ich weiß wo das ist aber ich weiß nicht wo das ist aber ich verstehe sie ich verstehe sie ich verstehe sie loste menschen verstehen loste menschen wisst ihr wir haben unsere eigene sprache aber dafür verstehen wir uns halt auch einfach genau die leute die lasten leute verstehen sich genau so genau so ist es halt einfach oder was die flasche hatte druck hat sie gerade einen körper gemacht wollte sie der welt zeigen wie man körper richtig macht aber ich glaube sie war auf den knien gerade auf dem stuhl ich wollte ich nichts weiter lassen tut mir leid tut mir leid ist so ich hatte ja ich kann mich wieder dahin geht ja natürlich weiter jetzt verpiss dich ja 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 so ein bisschen dunkel ja super dunkles game danke und ich stelle die helligkeit vom spiel ein was das ist natürlich nice ich hoffe das wird richtig lange gehen ich hoffe es wird richtig lange gehen jetzt muss jetzt muss ifa noch dazu singen und ich würde es richtig lieben ey aber ich weiß welcher clip das ist kommen wir hinter uns ich kann euch sagen mein eines mein linkes nasen achtung drei zwei eins und da süßes kleines flauschiges hauskätzchen katze 1 hat den kopf von mjana abgebissen mit einem happen und so wird es halt sein leute so wird es halt sein so ne also es wird also keine ahnung ist es so eine apokalypse oder sowas und und ihr seid da in eurem haus und seid einfach verhungern und verreckt euer hund würde sich neben euch legen und wein und eure katze würde einfach euren kopf fressen so oder einfach euren kopf fressen deswegen liebe ich katzen einfach so sehr genauso würde das sein genauso ja nehmt euch in acht nehmt euch in acht von mir wieso kriege ich immer so ultra schmutz items wenn es mal schlecht läuft und jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein blitz noch bevor ich wie es mir wieder selber okay damit habe ich nicht gerechnet okay ich muss los mein volk braucht mich was ist denn da passiert was ist denn da passiert was geht na um ganz ehrlich zu sein nicht viel was geht bei dir weißt du wer böse ist kundran oh merke ich mir gut ähm also ne ich weiß ja nicht wie ich sagen soll aber das spiel ist das spiel trollt uns schon wirklich brutal ist alter naja oh mein gott oh mein gott oh mein gott ich hab doch gesagt was machen wir wenn der heide reinzockt hab ich nicht gesagt da ist eine frage trifft die ernten meinte frage ich muss dir definitiv ne äh freundschaftsantfragen stellen ehrlich absolut abgelehnt echt jetzt wirst du gleich gehen ich schicke dir trotzdem eine okay abgelehnt ja kannst du ja dann machen abgelehnt seit jetzt nicht traurig ja es kann immer nur ein sieger der herzen geben anscheinend kann ich ihn jetzt töten aber ich weiß nicht mehr wie das geht ich weiß jetzt schon lachen weil ich den clip kenne einfach eine bombe auf den kopf fallen lassen ist jetzt nicht mein murray handel schlafen gut runterfallen und angriff ok an dem abend hat sie zu mir geredet und das war das erste was ihre community mir geschickt hat als clip wo sie gesagt haben an der stelle hat anna aufgehört anna haben sie mir den clip erstmal geschickt guck mal das ist der grund warum anna heute aufgehört hat aus süden was ist im norden deutschland berlin ist berlin osten oder süden ne äh norden warte wo es nicht nicht ohne seife waschen ok also norden ist dann doch sowas wie zum beispiel manhattan nani gib mir ein zeichen ok das war der erste pups den ich wirklich lustig fand das ist der erste pups den ich lustig finde aber ich habe mein ziel für diese folge erfüllt aber ich habe mein ziel für diese folge erfüllt das ist das schönste von allen es ist wie ein traum das ist die cringe reihe für flo wundervoll wundervoll die genau die cringe kette beginnt oh das ist aber auch gemein ey das ist auch gemein aber irgendwann wird man irgendwann haltet das einen ab oder irgendwann haltet das einen ab oder so mädels die gehen mit zu allertal kaffee trinken und ziehen ihn zu früh raus also den becher aber was den becher und dann sie hat sich was war das latte macchiato ne da fehlte nur der kaffee weil sie den becher zu früh raus gezogen hat ja ist so reiner aus was denn da stand ich nur daneben und hab gesagt dein vater hätte immer früher rechtzeitig rausziehen sollen aber das war was anderes was hörst du auf nani nani was am teifel ok bonita schon mal hergeholt hellchen brandy ich grüße dich hier dass du da bist süße öhrchen was ach so hier ist der stoff drin hier ist der stoff drin eine haarbürste der stoff also wenn ich sage stoff dann meine ich stoff die die auto hey auto scheiße bleib hier ist der mir leid ganz kurz durch dass das könnte das könnte bei uns sein ein med kalender ein med länder das ist einfach ein med länder wie gut ist das denn für jeden med liebhaber jeden monat ist das schön hat keiner gesehen hat keiner gesehen und dann kannst du halt ein abseilen und dann nimmst du den po an und dann tust du hinten erst mal auf spritzen ja bitte macht so ein ding für das damit wir den arsch damit sauber machen können schöne tische zu und dann bin ich mit mama unten denn aus sind wir auf ein bauernhof gegangen und dann haben wir da dann haben wir da und dann sind wir auch noch und haben pizza gegessen das sind kleinkinder wenn sie die stories erzählen so 10 9 8 boah ich wollte gerade 6 sagen ich kann nicht zählen 8 6 7 das ist schon mal berlin das ist schon mal okay beruhigend stuttgart 13 jahre bruder wenn du wenn du nach 13 jahren beziehung irgendeinem streamerin aus dem internet fragst was du deiner freundin zum 30 geburtstag schenkst dann vielleicht mal eine vernünftige beziehung tipp am rande vielleicht ein bisschen aufmerksamkeit und eine vernünftige beziehung diese frau ist einfach der oberhammer hat natürlich auch zwei verschiedene seiten sie hat einmal die gute seite und sie hat satans anus also schneidet man satans anus einmal ab und nimmt dann ein glas und drückt die banane und drückt die banane aus in das glas hinein denn nur so kann man alles von der banane genießen sehr sehr wichtig und drückt die banane aus in das glas hinein denn nur so kann man alles von der banane genießen sehr sehr wichtig sehr langsame slow motion kugel macht langsam jahr bock mal oh er wollte es nicht anders oh mein gott ok damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet Das war's für heute. Einfach 10 von 10, einfach 10 von 10, da kann man, also, ne, einfach 10 von 10. Ich lieb's. Delay, delay. Oh, schön, das ist, das ist schön. Das ist schön. Das ist schön. Ja, herrlich. So ist mein Monitor nämlich auch kaputt gegangen. Ach, herrlich. Oh, Mann, die armen, ey, die armen Mitarbeiter, das musst du dir nicht mal ausdenken, wenn die morgen zur Arbeit gehen und das sehen. Oh, nein, die armen. Voll die coolen Klamotten, ey. Was würdest du zuerst essen? Ein Fuß oder meine Hand? Oder mein Gesicht? Dein Gehirn. Das war nur ne kleine Mahlzeit. Was? So, für dich ja da. Bis gleich. Edo, du blöde Kuh. Was denn? Oh Gott. Alles gut. Alles gut. Es ist nicht immer so, wie es aussieht. So ist in Ordnung, Lida. Ja, ja. Jaja. Joja. Oh, der ist ein Tier des Fluges, einfach seine Mitmenschen aufgeschätzt. Hab sie stark. Ja, ganz meine Gott. Oh, das war's. Lass mal. Danke, du mal rüber. Oh, die ist in Chantone. Can you believe it? woher ich hoffe ich was die soll nicht in gefangenschaft leben aber der igel ist wild ich habe mir gerade random auf die brust geschlagen weil ich tatsächlich dachte auf meinem oberteil ist ein fleck aber ich habe einen fleck auf meinem bildschirm leute ich werde in keiner ich ohne spaß umso mehr eldenring clips ich hier sehe umso mehr habe ich kein bock auf dieses game ich finde es so geil aber leute wenn ich das on stream spiele ich werde glaube ich werde gebannt ich werde gebannt guckt euch das mal an er reitet hier ganz normal alles schön tot tot einfach so einfach so ich würde komplett ausrasten hier komplett das ist scheiße ja ich weiß ja auch zwei mal mache ich auch immer so doppelt hält besser kennst du ja aber zwei gummies zieh ich nicht an das ist scheiße ich weiß ja auch zwei mal mache ich auch immer so doppelt hält besser kennst du ja aber zwei okay okay da kommt die rakete schon der alf hat mich gerade informiert sarah m fragt gerade sarah m 50 kannst du grans sagen es heißt das video stoppt ich muss kacken gehen sarah pass auf es ist folgendermaßen ich würde das gerne für dich tun aber mach es bitte wie alle anderen ja wenn wir hier zum beispiel zwölf stunden stream dann scheiß dich bitte ein das gehört hier zum guten ton ist das fakt hier auch habt ihr das während des sabatons nicht gemacht habt ihr das während des sabatons nicht gemacht also gut dann hoffe ich dass ihr euch jetzt dafür entschuldigt princess paper plane hallo natascha grüß dich danke für die raid oh gott ich wollte gerade aufhören du machst jetzt mal weiter der eisdiener hat aufgegeben also oh 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 nein 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 meine milch nein 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 Das war ihm also die Milch wert Das war, war es das jetzt wert? Einen ganzen Bus, um zu schubsen Wegen deiner Milch Verdammt nochmal In einem Horror-Game Do it to daddy come Dass die mich hören Mama, ich bin gerade im Stream Achso, achso, okay, passt, viel Spaß Die haben bei mir geklingelt Jetzt habt ihr mal eine Klingel gehört Meine Mom wollte nur Licht anmachen Das war gerade richtig Am Ende ist da gar nichts Ich habe das irgendwie schon im Gefühl Ach nee, das ist so hoch Aber jetzt weiß sie immerhin, dass da wirklich nichts ist So Schneller, schneller, hui, höher Ja Ja, ist zu easy, ne Also wer hier verliert Cringe einfach Es sind fast alle durch Melli 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 Verloren Verloren Tschau, ihr Idioten Ich bin doch gestorben, kann das sein? Ich glaube ja Seine Leiche wurde einfach teleportiert Oder was auch immer Schuss war Wie gut Oh mein Gott Dann gehe ich halt duschen Ach, ich gehe nicht duschen Hallo Penis We just got a call from the client Ich wusste gar nicht, dass er mich anruft I know it's Saturday Seine Hose von dem Dude, ja Sieht ein bisschen Mal gucken, ob wir die nochmal sehen Sonst muss ich zurückspulen Ähm Kennt ihr dieses So Fotos Also so Moments before accidents Oder sowas Scheiße Habt ihr gesehen? Wartet Hier, irgendwo hat man es nochmal besser gesehen Hier Ich weiß nicht, ob das Das ist wahrscheinlich gewollt, ne Das ist wahrscheinlich gewollt Ich meine Visage oder wie das heißt Würdest tragen Das wäre Das wäre Das wäre Mode bestimmt irgendwo Müsste irgendwie nur Style XY tragen Und alle würden es tun Versace Sorry, ich bin Geringverdiener Ich kann das nicht aussprechen Aber ich Ich weiß euch Ich weiß Es ist wirklich immer so Das müsste nur Style XY tragen Und jeder würde es Würde jeder Jeder würde es tragen Was ist deine Zielgruppe? Ähm Ähm Kinder Im Alter Von Geschätzt Zwei bis vier Ungefähr Ja Jetzt will ich ganz viele schwierig Emotes haben Bitte Ganz viele schwierige Emotes in den Chat Wenn ihr sie habt Und wenn ihr sie nicht habt Shame on you Viel Spaß Kommt zu mir ins Evaversum Ne aber mal ohne Mist Ich drücke jetzt mal beide Knöpfe Und Ist das gerade wirklich passiert? Ist das gerade wirklich passiert? Meine Ohren bluten Meine Ohren bluten War eine blöde Idee Mit den In-Ear-Sticks Mein Gott Leck mich fett Mein ganzes Setup Ist voller Bier Gott Oh Das ist die BD34 Was ist das denn? Ich bin schon mal gut an Ich bin vier Ich bin lustig aber back Abonnier Twitch Clips Germany Abonnier Twitch Clips Germany Okay das ist cringe Genau Leute Abonniert Twitch Clips Germany Und macht einen Daumen hoch